Was geht, haben wir ganz schön hier in der Züge? Wir sind in Folge Farms mit Bram, Jay, Christian und meiner Wenigkeit. Alter, ja sicher, das ist da rechts echt die Lustgrotte. Wollt ihr mich verarschen? Genau, alle drei von mir auf einem Fleck. Das ist ein Bullshit. Das ist doch voll geil. Ja, super. Ja, genau. Ich finde es witzig. Ah, mein Nügeschwinglein. Scheiß. Oh, jolly good. Blöpp, 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 blöpp. Ey! Ach man. Wahrscheinlich darf ich dann oben meinen Einzelnen noch steuern, ey. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Woll. Ja. Woll, das hat wunderbar funktioniert. Ja, aber das war eine super Aktion, muss ich sagen. Ich frage, es wird Gänger. Wer ist denn euer Peter? Wer ist denn euer Peter? Ich freu mich so auch mal Glück zu haben. Ja, genau. Was heißt denn da? Ja, genau. Du hast ein HP Package denn gekriegt. Komm, verschwende deinen ersten Wurmwechsel, deinen ersten und letzten. Alter. Ja, ist klar, noch so ein Ding. Nächstes Mal stimmt die aus. Ja, ganz safe. Boah, schön auf das denn jetzt. Warum machst du nicht auf das Fass drauf, du Idiot? Es trifft. Uwe, Tatsache. Oh. Und nochmal Feuerschaden, jawohl. Auf das es hoffentlich richtig weh tut. Okay, da haben wir schon unser erstes Ziel. Was hast du denn für Aggressionen hier? Gelb. Gelb hat richtig viel Leben. Ich habe Hunger, das ist vielleicht meine Aggression. Das könnte sein. Ne, mit Jetpacker bestelle ich nicht. Sag mal, Bram brate ich die Brütenbrust zusammen mit den Tomaten und Zucchini irgendwann? Die Brütenbrust. Die Brütenbrust. – Gute Brütenbrust. Die gute Brütenbrust. Hä? Was ist denn jetzt? Joiiii. Ich fäng ich gerade nicht. Hui. Blup. Ah, ja gucke mal, gucke mal. hallo dürfte ich mal führerschein und fahrzeugschein sehen so haben sie denn endlich dabei auch richten sie wollen meinen kleinen hoden wie dem ein echtes gesicht rückseit wieso denn mir hast du mal auf dem korp sehe ich da dreht sich also das fette stück gar nicht weggekommen das ganz schön aus sie muss ich sagen leider noch kennt ihr hier sind es hätte ich der dynamik was soll denn das gestöne da schon wieder macht dann das problem 21 risiko ja mach kamikaze das ist ja schon blind ich dachte schon mal das welt witzig geworden so brauche ich natürlich auch noch genau den wir dann nicht kurze frage brauche ich drei fangen ich glaube schon mit zwei die guten muss ganz am ende separat machen wenn alles fertig ist wie mache ich das denn jetzt aber das sind vor rechts wahrscheinlich schon ich kann da nicht mehr weg ich kann da nicht mehr weg ist klar ich habe gleich da meine kommando zentrale mit einem ja mit meinen drei und ich habe gleich da meine kommando zentrale mit einem ja mit meinen drei wie kann ich ihnen helfen ich weiß schon was den nervt zu mega da möchte auch blau schießen das ist nett das ist sehr nett von mir danke groß so gut das war richtig nice also jetzt kriegst du auch noch dann drauf und das ist noch geiler ich auch jetzt dran bin da wage ich mich mal aus meinem versteck aber haben wir denn da ja auch ach toll wenn du noch sieben leben was ist das jetzt hier rache oder was das ist aber auch so eine opferrunde da vorne die vier ja ich bin jetzt dran auch nö das kriegt die nächsten dynamit ab ein schwimmer schön braben ja wenn die drei an einem platz das ist wirklich halt behindert ob du behindert ist ja kuma hier willst du bestimmt mit deinen freunden spielen gehen oder nicht vielleicht rutscht er runter ich weiß nicht weil der könnte natürlich auch da ist der genau in der spitze hängen geblieben war noch mal so jetzt hier lehrt hast du aber das ist klar glück nach zehn sekunden zu lieber zu holen ja ich wollte erst was anderes machen ist das natürlich nice ne du hast es echt nicht verdient du hast es echt verdient heute als erstes zu sterben also scheiße wie du spielst ist der hammer ist der oberschild irgendwie läuft nicht so richtig so also das ist viel kleiner fickt dich rutsche das ist okay ob sei der rutsche nicht inhalt wobei wir könnten jetzt noch mit oh blub blub oh blub blub waah waa münzen 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 das nicht vergiftet das war eigentlich mal klar dass er vergiftet wird nicht dass die die mine nicht mehr aktiv war jetzt ein typisches mädchen auf der wird mich damit aber nicht treffen so nicht aber der könnte sich links in die kuhle stellen die links daneben müssen damit aber sogar rüber fallen dann würde ich nicht die ist ja wirklich noch aktiv statt die wir schon die nächste blindgänger ja ja habe ich er will freunde sein ja ja ich schwimme gerne im wasser das ist der plan Das war ein Köbber. Weil es echt nicht viele starke Würmer mehr vertreten, ne? Das war ein Köbber. Brrrr. Das ist kalt. Komm in. Autsch. Boah. Nein. Nein. Jetzt sind wir unter Wasser. Krass, wie viel rausgekommen ist. Das war auch fail, oder? Das war auch fail. Ich wusste nicht, dass das Ding so explodiert, aber... Kommt halt ganz viel Wasser raus. Ich war immer noch nicht dran. Die Kiste nicht holen? Ja, ich wollte nur überlegen, ob ich... Oh Gott. Ich hol den 19er weg. Ach, wo war er? Schieß da oben auf mich, dann machst du da ein Loch rein. Das klappt nicht. Äh. Klappt nicht. Äh. Ihr anlernt. Schade. So hart ist die Shotgunter noch nicht vom, äh... Sprengradius. Bumm, 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 bumm. Boah, boah. Behindert hier, ey. Reichen jetzt. Das war auch ein Blindgänger da, oder? Ja, sonst hätt ich schon, glaub ich, losgegangen. Das war ein schönes Loch gemacht. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht, ne? Boah. 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 Das ist schon, das ist schon die Explosion von der, vom Grab, haut ihn in deine Suche rein. Boah. 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 wie der sich jetzt am eindecken ist da das lecker das war mal nix würde ich sagen zimmer ist jetzt einfach oben unter harry ne bazooka rein fertig scheiße mann ich weiß nicht was ich machen soll schießt doch auf den 51er da in der hoffnung dass er da reinrutscht ich wollte mal testen hier wie ich uns was erzählen kann habe ich doch gut gemacht ich wollte über minigolf also ich wollte mal die treffen natürlich war nur zu die brüder oder du hast mir doch ins luch rein ja gut ich natürlich das war ich ganz schön geil ja erst mal schützen haben wir mal spannende spiele haben wir zwei haben wir zwei schutzschilder haben wir mal aufgesammelt hey christian ich glaube wir müssen uns irgendwie verbinden ich musste jetzt erstmal weg weil ich sonst darunter schubst würde lässt er mich hier im stich oder war es alles klar krieg was mache ich denn jetzt bitte hä hä schmeiß einfach die holi da oben links rein Bram kann doch trotzdem die Bananenbaum da drunter echt hast du schon die Bananenbaum hoffentlich landet die nur links in dem Graben und nicht rechts aber wobei durch den durch das Wasser könnte die auch ganz schön ja scheiße also reduziert werden Uhhh OHHHH 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 OHHH 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 Schützschild am Arsch Junge voll geil Tja das ist natürlich ärgerlich das war halt ein extrem perfider Plan den ich ausgehackt hab mit dem Loch da unten das war nicht meine Ludigkeit ne ich wollte Bram töten meine priorität heißt nämlich nicht als erstes raus schmal heraus ja meine ich ja auch richtig funktioniert jetzt mache ich den jetzt was übernehmen aber auch 193 soll das dann scharf unterlaufen bin so froh dass ich habe jawohl hat er überlebt da unten hat er natürlich leider aber du bist halt mein nächstes ziel da oben ja das bietet sich natürlich an ist klar ja irgendwie soll ich mal weg und das ist ja warum das für den lenkert geht da die sich verunterschieben kann christian wir können gute freunde sein das sollte auch einfach das eiler hinlegen kann dem jetzt einfach das eiler hinlegen und hoffen dass er nach rechts weg fliegt dann legt die links dann guck nach links und legt die hin das wird nicht reichen knapp so ist der lor ist ja die wir möchten sterben kannst du dir aussuchen kamikaze stupsen stupsen das hätte so gern wasserballon ab das wäre echt fail wenn daneben schmeißt dann nimm die shotgun da hast du wenigstens zwei schuss ja oh mein gott lol nein 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 ich hab dich lieb nein das ding ist natürlich mega geil da gelandet ja das muss man mal ganz einfach sagen jetzt zieh auf den nippel noch hardy so hey da ist gut hey da ist gut boah ja komplett mir da die bananabombe rein oder so n scheiß boah alter boah alter zieh bibelt der sich da selber weg stimmt alter das wird lustig naja der auch nein schade ich dachte ja nur verdient hoffentlich überlebe ich das irgendwie ne war einfach gesagt ey aua 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 naja gut Christian jetzt bist du da das war doch cool das ist ja scheiße du weißt du hättest mal cool machen müssen mit der wasserpistole oder so das war cool mit der wasserpistole total uncool das war total uncool das mit der wasserpistole war die coolste idee ever ja ich schieß mit der wasserpistole da auch wo du an der ecke sitzt das bringt dich ja voll ja da hättest du mich ja rausspülen können weißt du du musst halt auch die Verstopfung irgendwo rausspülen ja dann spüle dich gleich raus mit der analdusche mit abfüllen ja Christian bist du übrigens keine nasendusche benutzt oder eine analdusche das stimmt gar nicht doch das stimmt ne doch boah what the fuck alter alter die verdient ich hätte voll gern gesehen wie viel schaden die gemacht hätte boah alter schwede was war das das war ne Bananen ich hab mich einfach direkt daneben gelegt wir haben alle Bananen abgekriegt ich hab aber keine Bananen irgendwie jetzt gerade so schnell gekriegt ja weil wir die alle abgekriegt heilige Scheiße ja ist ne schöne Runde gewesen an euch vielen dank fürs Zuschauen den ganzen Shitchen bis zum nächsten Mod rein tschüss tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal